Whisky.de Treffpunkt feiner Geister Heute stellen wir Ihnen die virtuelle Brennerei vor. In dieser virtuellen Brennerei können Sie die Whisky-Produktion aus erster Hand selbst erleben. Um sich zu bewegen, benutzen Sie die WASD-Tasten auf der Tastatur und um sich umzusehen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger in die gewünschte Richtung. Um zu springen, drücken Sie bitte die Leertaste und um zu öffnen, die F-Taste. Wenn Sie mit Ihrem Mauszeiger über die Info-Button fahren, erscheint eine Seite, auf der der Produktionsschritt erklärt wird. Klicken Sie den Info-Button nun an, kommen Sie auf die Whisky.de Homepage, die diesen Herstellungsschritt im Detail erklärt. Falls Sie mehrere Bildschirme benutzen, können Sie ein paar Probleme beim Scrollen bekommen. Schalten Sie diese einfach ab. Der Link zur virtuellen Brennerei ist in der Beschreibung unter dem Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017